so wieder zurück bei complete mission was nehmen wir diesmal wir nehmen wieder den pure blooded thief aber convict allies mit ellie mit ellie hier sind noch zwei die haben wir nicht freigeschaltet die vorherigen mission dann müssen wir nachher noch mal gucken ja aber vielleicht offscreen oder schauen wir mal wenn ich es auf einen empfinde nicht sonst ja you know it's been a long ride but we're almost there you've heard of the top at clan right they have a secret base out here i'm hoping they might let us join up with them now that we're on the run should be right around the what hang on yes sir we found them they took the bike here just like you say it i'm on the way send in the entire squad it seems like some other government is here they are fighting with the topats don't worry about them focus on henry and the girl you okay wait who are these guys the topats are bringing in reinforcement i gotta get out of here we're so zwischen drei autos sind von beiden seiten beschossen sogar so wir können es jetzt wieder kombiniert was ausfielen so er kriegt entweder ein seil oder ein controller und 64 controller sie kriegt entweder ein rocket launcher oder flügel seil und flügel das war richtig auch noch sollte es lotto spielen ja mann 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 gut na dann sein ja sie wird die rocket launcher in die luft er zieht am seil dann rock launcher ist der rock launcher schießt senkrecht auf sie runter bitte was the plan der exeklinie überhaupt vor gehabt rocket launcher und n64 controller launcher und n64 controller i shirt eddie rakete quasi sie abgeschossen hat wrong kind of rpg for a controller still grave your control thaw yeah wrong kind of rpg for a controller und ja dann rocket launcher und der controller hebt jetzt ab mit flügeln weg ist er nach kontrolle und flügel fängt auch hier thank you wings very cool thank you wings very cool scheiß ok also wir sind genau so jetzt sind wir in die ecke entkommen aber ellie wurde jetzt von den wachen überrumpelt und wir können uns jetzt aussuchen ob er time machine wäre corrupt tick also eine zecke irgendwie korrupt tick oder ein verschwinde ein disguise kit die kreis geht inspektor klusum schrift auf das kreis hat einfach nur ein blatt papier eine wache drauf gemalt vom gesicht her und sich dort vor seinem gesicht geschneid ist nicht sehr elaboriert und clever ausgedacht das ist sehr überzeugend genau du bist nicht der doktor bei dem das funktioniert so was sonst na dann mal das erste Zeitmaschine genau 2 Jahre früher 2 Jahre 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 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 3 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 4 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre 5 Jahre Ah, da, sie sind hier, auf der Brücke! Öffne Feuer! Roger V8! Ich habe sie noch gerade so erwischt. Okay. So, also noch mal zurück. Die korrupte Zecke. Genau, korrupte Zecke. Ah, da geht in die T-Pause und das Spiel stürzt ab. Aha. Und wir sind am Anfang. Mist! Ähm, ja. Kommen die Mission. Erkanntert eine Errung. Erkanntert zur vorherigen Location. Let's try and get up to the... ...two enemies towards the Lolltown. Ah... Oh, I've think something went wrong. Allerdings. Genau. So. Was können wir denn hier machen? Block. Ah, korrekt ist. Ja, die Toppat-Leader sind hier. Warte, ist das Henry? Henry? Komm mal, helf mich mit Toppat! Was machen wir? Ja. Catch! Aber sie stürzen beide in den Tod. Ha! Fett so! Fett so! Fett so! So, jetzt können wir uns hier quasi entscheiden. Dem Government. Oder Toppat mal wieder. Oder The Wall, den Knastis, oder den Toppat Clan. Na, dann nehmen wir mal Government. Achso, oder Nun. Keins von allen. Dann Nun! Ich spring raus. 5, 4, 3, 2, 1, 2, 1. Fängt von außen an der Pakete dran. Wenn die Karte startet. Irgendwo sind. Das ist ganz Kontrollpredictive. Oh, die Weltall. Normalerweise willst du nicht in der Rokette sein, wenn es in die Raum geht. Ja. Normalerweise möchte man in einer Rakete sein. In einer Normalerweise. So, also Government, Border, Toppat. Äh, Toppat? Take these! Oh, ich hab einen Bombett. Gut gemacht. Jetzt komm raus. Wir sind jetzt los. Wir sind jetzt los. Wow. Ich kann nicht glauben, dass das funktioniert. Du hast alles von mir genommen genommen. Meine Reputation ist verliebt. Jetzt bin ich zu dir. Und du? Mission complete. I'd like to welcome our new members. They really showed their gusto when it counted. Also, they promised to return the ruby. Toppatrecruits. Toppatrecruits. So, map. Und. The wall. You two will never see the light of day again. Eingefrorene Blöcken. Aha. If you can't leave him, join him. Also, Government. Okay, ich komme. Komm in! Okay, ich hab einen Plan. Wir müssen aus diesen Support-Bellen. All units fallen zurück. Wir gehen in das große Ort. Ja, und die Rakete fällt um. Das hilft. Mission complete. Yeah! Nice work, beide von dir! This is Charles, reporting to Bacon. I got a couple of friends here with me, and we're gonna guess who they are. Henry? Well, and if it isn't Ellie, too. We've had you on our watch list for a while. Thanks for your help here today. I didn't think we could trust you after last time. I guess we owe you one. Well, now that you mention it, we do have kind of a criminal history problem. Yeah, I figured that was coming. I suppose you've earned a pardon. Pippi. Pardon Peltz. Pardon Peltz. Ah, großartig. It's about the booking artist. Du 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 dit. So, dann haben wir hier den und Presumed Dead. Hello? Yeah, can I speak to the Chief, please? Not available? Well look, I was just wondering if the rocket plan was still in action. You know, the rocket plan. Firing up that space station into orbit. Yeah, the one where we can just sit around. No, you know, luxurious lounges, plenty of room, great deal of earth, far enough away from any meddling governments. Yeah, still happening then. Yeah, right, we're leaving from that jungle base then, right? What? Relax, mate. No one's going to be listening in here. You really think someone's going to try and steal an entire rocket? You must be mental. Right. Yeah. Yeah, I'll see you then. Jump. Jump or stop? Jump. Ach so, wir sind jetzt an der Schranke quasi kleben geblieben. Clonk. Ja, wir hätten uns entscheiden müssen, glaube ich. Jump, hast du gesagt. Er sprengt. Und gräbt sich im Boden ein. Schade. Was war noch mal das erste? Sweet hops, bro. Sweet hops, bro. Das erste war Limbo. Limbo. Hat mich ganz geklappt, er kommt mich weit genug runter. Abgebrochen. Schade. Let's as far back as you can go. Oh, Gott. Let's as far back as you can go. Hey, can you... Oh yeah, sure thing. Wait a minute. Oh, wait a minute. Oh, man. A guy just zipped right by me. I couldn't do anything about it. He's just too fast. Intruder? Who is that? Can we stop him, please? But it's so hot. Look, you're not allowed to change heads. Alright? Now drop it. Get me my nerves over here. Intruder has been spotted on the premises. Keep your eyes peeled and stop him if you spot him. Oh. Nichts zu. Beim Fricktime Event hat sogar geholfen. Oh. Oder auch nicht. Naja, beim nächsten Glück Event nicht mehr. So, jetzt nochmal zurück. Wo sind wir hier? But it's so hot. Look, you're not allowed to change heads. Alright? Now drop it. Get me my nerves. Get me my nerves. Hey, that's mine. Hey, that's mine. Sagt Snake. So, Ratturing Ram. Ah ja. Der Rambo. Er kommt vorne raus. Er knallt natürlich mit seinem Roller voll nach vorne rüber. Ja. Still ignoring those physics lessons. Stimmt, ähm, Diamanten, den hat er ja schon vorne eingepackt. Der Roller fliege, gibt's da vorne und erflug weg. Spidey wheel. Was is ich? He's riding straight up. What is this guy doing? Trying to steal our rocket? Eh, we'll take care of this. Oi, Chief. Got a clear shot here. Wir hatten die Wahl zwischen Hammer, Hammer oder Hammer. Aha. So, warte mal, hier. Wir können hier noch den Driller wählen. Den Bohrer. Ja, der Bohrer ist jetzt in der Wand gelandet, also in der Tür gelandet. Hat aber den Roller dadurch ganz schnell um sich herum gedreht und ihn quasi runtergeschmissen. Ja, der Drillgobr. Drillgobr. Ah, schön. So, wir nehmen den Hammer. Haut er sich auf den Kopf. Aha. Not much of a brain in there to begin with. Ja, allerdings. Der rechte Hammer? Oh, das war Tor's Hammer. Ja. Oh, das war richtig. Hat funktioniert. Emergency launch protocol activated. He's hijackt the rocket. Right, man, where are you? Ja, I thought we had like, I thought we had a few more hours. Not on my watch. Not on my watch. Genau. Ja, der hat mit ner... Wablinghook. Dagegen geballert, genau. Und wie dich das hinterher? Return to sender, ja. Das ist die Rakete, also war wieder Quicktime, ne? Ja. Muss man's auswählen. Und jetzt hat die Rakete keinen Treffstoff mehr und kommt zurückgeflogen auf die Erde. Scheiße. Return to sender. Return to sender. Wir nehmen den ersten Hammer. Only 95 more hits to go. Only 95 more hits to go. Ja, der hat Fallschub mit dem Hammer quasi falsch rum auf die Scheibe gehauen. Tja. So, jetzt sehen wir mal Precision Shot. Dann sehen wir mal im Moment. So, jetzt sehen wir in den Knall. Oh, jetzt muss man das führen. Huh. Möööö! Mööö! Möööö! Ein Jahr später! Es hat schon wieder durchgeschossen, ne? Welcome to Stickman Space Resort. Built out of a former Top Hat base, it's been refitted for your luxury enjoyment. We Top Hats aboard have reformed and now work as crew members. The Top Hats that remained on Earth were arrested, as you know. The resort is run by the man himself, Henry Stickman. You may wonder, why did he steal a criminal clan's rocket and decide to turn it into a resort? We may never know, but hey, you wouldn't be here if that didn't happen. Enjoy your stay. Aaaahhhhhh. We only have to go to work, but we didn't have to do anything else. Stickman Space Resort. Yeah, Space Resort. So, we're on stage. Call the big one. Exactly, Raketen are destroyed, and now it's back to the whole thing. I'm not going to go. Group beat. Another mission complete. No, not quite. so damit haben wir die enden quasi erreicht das ist das ende was hier nicht geht immer ein bisschen doof genau mehr ging ja hier nicht mehr da muss man es noch mal freischalten dann rentless bounty hunter groß im internet laun du bist ziemlich hart zu wachsen. Das ist richtig, das ist ich. Aber du hast mich ausgenommen. Tja, jetzt hängt er da an der elektronischen Handschelle von der Decke runter und kann sich nicht bewegen. Aber wir haben jetzt die Möglichkeit, eine Fernbedienung zu benutzen, oder einen magischen Spor auszusprechen, oder die innere Stärke zu erreichen. Die innere Stärke erreichen. Du kannst diese Kaffchen nicht verbrechen. Also was stattdessen? Äh, mag ich einen Spruch? Thunder 2. Und man wird gegrillt. Nee, es hat geklappt. Dann nochmal schnell zurück. Und den hast du noch. Remote Control. Eject. Das war der Auswurf. War der falsche Knopf. Henry was not the poster. Was not the poster. Okay, jetzt müssen wir versuchen, uns aus dem Raum rauszukommen. Mit einer Haarnadel, einer Bombe, einem Metallhut oder einem Schmelzstrahl. Haarnadel. Da ist noch eine Lock-to-Pick. Da ist noch eine Lock-to-Pick. Schade. Was stattdessen? Äh, Bombe? Ja, wir sind im Weltraum. Wait. Doors open. Mission fails. Wait. Metallhut? So, Metallhut oder Schmelzstrahl? Metallhut? Metallhut? Ah, er kommt durch. Das war kein Auto, oder was jetzt? Ja. Wie gesagt, Henry hat er ausgerupt. Er ist auf seinem Weg nach dem Hauptkabin, jetzt kommt von Wing 7. Hier ist er. Er hat sich in Armory 7 lockt. Wer hat das öffnet? Wer hat das öffnet? Gut gefragt. Jetzt haben wir die Wahl zwischen Waffen. Wir hüpfen nochmal zurück. Zum Schmelzstrahl. Meltway. Verflüssigt sich in seinen Händen. Schade. It melted. Alright. It melted. Können wir ihn noch um was ausmachen? Ich glaube nicht, oder? Wir haben hier zwei von drei schlechten Inden. Hm. Wer geht hier doch gar nicht? Komisch. Hm. Merkwürdig. So. Großes Schwert. Under Barrel Granite Launcher. Oder Pew Pew Gun. Pew Pew Gun. Ich brauche ein Update auf die Henry-Situation. Er hat eine unserer Schäden. Er ist in der Mordröse wie verrückt. Wir können ihn nicht aufhören. Ich muss alles hier machen. Oh, schon war das gute Inde. Hallo. Hallo. Du solltest du in deiner Kälte bleiben. Das war die richtige Knarre. Wow. Und dann? Nehmen wir mal den Granatenwerfer. Ja, wieder rausgesaugt. Weil Loch und Wand. Who brings the Granite Launcher out on the Space Station? Genau. Who brings the Granite Launcher out on the Space Station? Anyway. Also, das große Pferd. Er hat dann mit dem Boden einen erwischt. Die anderen beiden aber nicht. Die bedrohen ihn jetzt. That's a big boys ward. For big boys only. For big boys only. So, jetzt können wir quasi gegen den Robo Head Anführer hier. Top Head Anführer? Top Head Anführer? Nein, nicht ganz Anführer. Aber den Robotypen hier halt kämpfen. Mit einem Nanosuit. Harden. Versuchen die zu steilen. Oder Sweep the legs. Nanosuit erstmal. Und raus den Fenster. Ah. There you are. Pew, pew. Und das ist ja wieder das Entende. Anscheinend war das richtig. Wir haben aber auch ein Talent. Ja, ha. Ja, dann eben Harden. Stein Haut. Genau. Der Kopf wurde zu steilen. Und er zersmacht den Stein. Hm. It's not very effective. Genau. Ah. Oh, now that's cute. Ja, die Beine wegdreht, wenn sie aus Stahl sind, bringt nicht viel. Genau. Ah. It's gotta be an Ouch for me. Dong. So. Also Nanosuit. Das hatten wir ja schon. Next Gravity Boots. Ah, wieder zu spät. Ein Solarpanel zerbar. Chief, we lost a Solarpanel. Yeah, oh no, I'm dealing with it. Okay. Don't even get snippy about it. Okay, das war anscheinend richtig. Ah ja, das ist genau passiert. Ah, ja, ja. Ah, ja, ja. Position reflektor. Hey! Mission failed. Unfortunately, it's overreflected projectiles. Mm-hmm. Ach so. Sonnenlicht reflektiert und ihn geblendet. Mehr aber auch nicht. Äh, Chief. We lost a Solarpanel. Yeah, oh no, I'm dealing with it. Okay. Don't even get snippy about it. Ah, where'd he go? So, jetzt können wir uns aussuchen. Einen Satelliten, einen anderen Satelliten, der Orbit der Erde, oder noch ein anderer Satellit. Ja, dann fangen wir mal mit den Satelliten an. Ja, das ist ich wieder. Ja, man, wir holen einen Datastream von unserem Broadcasting-Satelliten. Du sagst nicht. Ja, es ist einfach immer so, attack, 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 fire, shoot the laser. Oh, hang on. Es ist ein Start. Ja, weil er raufgekommen ist auf den Satelliten und uns jetzt weggeschmissen hat. Genau. Next time you wanted to attack, don't use a communication-Satellite. Haha, attack, attack, attack. Fireword-Laser. Wir haben mal den Robit. Und wir verbrennen. Ja. Toasty. Toasty. Na dann, einen von den beiden anderen Satelliten. Das ist wie ein Escape-Pod. Hey, Sir, sorry to bother you, uh, one of our off-site-drop-pods is on a direct-collision-course with the station. One, three, two, point one, edit. Und durchgeholt. Mission complete. Yeah. Yeah. He took out our central core. We don't have any power. You can't really get down to earth without it. So we're kind of just stuck. Who was that guy anyway? Why'd you, why'd you grab him? Freeman. So, dann haben wir ja noch ein schlechtes Ende. Die Satellite habe ich noch nicht gehabt. Achso, der schießt falsch schon und trifft die Erde. Aha. Front-Toward-Enemy. Genau. Front-Toward-Enemy. Ah, großartig. So, dann haben wir das hier in dem Sinne. Hier habe ich halt keine Ahnung, was wir hier noch auswählen wollen, wählen sollen. Orbital-Cells-Do. Hm. Hm, komisch. Vielleicht mal aufworten. Vielleicht kommt da noch was. Genau. Irgendwas Magic. Gut. Dann zurück ins Menü und dann machen wir im nächsten Video die nächsten Kombinationsmöglichkeiten. Bis bald. Bis gleich.